Empfehlungen zum Video Video 1 Uhr 58 Spitzenreiter, Leipzig und der Lestervergleich Video 0 Uhr 52 Einlochen auf dem Flughafen, Golfplatz für unempfindliche Video 1 Uhr 58 98,9% Kramp-Karrenbauer ist die neue CDU-Generalsekretärin Video 0 Uhr 49 beim Batterietest, Windstoß reißt Hubschrauber um Video 1 Uhr 42 Unterwasser Hockey, Octopusch, Abtauchen, Spielen, Luft holen Video 0 Uhr 31 Vergebene Riesenchance, Fehlschuss aus 2 Metern Video 3 Uhr 40 Das allerletzte zum 10 Spieltag, ich bin jetzt Fan von RB Leipzig Video 2 Uhr 7 Spielabbruch nach nur 34 Sekunden, wenn es im Stadion dunkel wird Musik